Ja, Hallihallo und Willkommen zurück zu Oddworlds New and Tasty! Wir haben hier ein paar Mondarkens noch zu retten, aber es sind nicht mehr viele. Ich glaube so um die 20. Sieht der mich? Stimmt, ich habe den letztes Mal nicht gekillt, das ist ein Problem, glaube ich. Ah, der ist jetzt weg. So. Uh, der kommt schneller zurück als ich gedacht habe. Oh fuck, da oben ist einer, ne? Ja. Das ist problematisch, weil ich darf nicht rennen. Als ob der mich gesehen hat. Der sieht mich nicht, ne? So, jetzt schnell da rein. Schnell, 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 schnell. Da ist ja noch einer. Wie soll ich das denn machen? Der, der unten muss sterben und da muss ich chanten. Okay, wir können laden. Okay, 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 okay. Was macht Abe denn grad da? Schnell hier rein. Ich probiere mal was aus. Sieht der mich hier drin? Nö. Oh, komm der nächste. Das war schlecht. Geht eigentlich aus dem Bild raus? Ja. So. So. Und jetzt einfach warten, bis er in die Luft fliegt. Boom. Alles klar. So. Alles gut. So. Jetzt muss ich chanten können, ne? Das war anders geplant. Ah, warte. Ich dachte, das wäre der andere gewesen. So. Was bewegt der Schalter? Der macht da unten Blitze an und aus. Aber, was bewegt der Schalter? Kann ich hier runter? Okay. Das heißt, wir pfeffern das mal in die Luft. So. Jetzt aufpassen. Keinen Alarm auslösen. Das ist das letzte, was ich möchte. Da kommt wieder ne ganze Slick-Armee. So. Ähm. Warum ist die Tür verschlossen? Äh. Ich weiß nicht. Oder. Warte mal. Bewegt das was? Ne. Bewegt der Schalter was? Ich bin grad ein bisschen überfragt. Geh mal die Tür da oben auf. Von hier sind wir gekommen. Wozu brauche ich die Granaten? Um die Dinger hier in die Luft zu jagen. Aber. Das war schlecht. Ich geh mal hier rein. Aber er ist ladig. Ich will den Slick weg haben. Ich hab ein bisschen Schiss, dass das da oben ein Geheimgang oder sowas. Oh fuck. Ja scheiß auf. Ich geh da rein. Das ist definitiv ein neuer Weg. Ich bin da. Ich bin von da gekommen. Der obere Weg führt auf jeden Fall zu Modarkens. Aber vielleicht ist... Ich geh jetzt hier unten lang. Dann geh ich da unten lang und dann ist da irgendwie ein Tor. Boah. Könnte sein, dass ich... Ähm... Das noch... Hier in den Zusatz sind nur noch... Sind 3... Äh 17. Wenn ich das da grad richtig gelesen habe. Wo sind dann die rechtlichen 6? Das heißt, es muss noch einen Geheimgang geben. Wo ist der? Ja. Vielleicht kommt... Oh. Ich brauch den auf jeden Fall. Denke ich. Ah, da oben ist Modarken. Lol. Der hat gar nicht gesehen. Lol. Warum hat er jetzt gesaved? Ich hab geladen. Wie mach ich denn das? Das? Ja, okay. Dritter um, dritter um, dritter um. Was? Was? Wie soll ich das denn machen? Wenn ich laufe, sieht der mich. Für Service bitte läuten. Was ist das? Ach so. Ah, jetzt verstehe ich. Weil ich das sagen, das andere war auch unmöglich. So, beide erledigt. Sehr schön. Hier macht die auch mal weg. Alter, wie viele sind hier? So. Ähm, das war... Ey, das ist nicht lustig. Das sind ja die Kollegen. Ich hab vergessen, get down zu rufen. So. Hahahaha. Wie sie alle dran gehen, wie was laufen. Den gibt mir den halt, wenn sie sich anderen, die anderen gegenseitig erschießen. So, weg, 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 weg. So. So. Jetzt mach mir mal'n quicksave. So. WTF? Warum geht der fucking alarmlos? Trainer ganz unten? Nein. Genau, geht alle weg, geht alle weg, genau. Und jetzt schieß ich euch über den Haufen. Ja, gegen 3 komm ich nicht an. Wie kriege ich den jetzt wieder nach unten? Okay, nichts passiert Ich glaube, ich bereue es Okay Ich töte den mal Ich brauche einen Slick, um den Strom auszuschalten Was passiert, wenn ich da durchrenne? Komm Fuck, hier ist so ein Ding Okay Das Ding hilft mir sehr Aber hier waren noch andere Slicks, die legen wir mal gerade rum Die sind jetzt komischerweise weg Oh, war verkehrt rum Alter, quatsch nicht hier, stell nicht dazwischen, ihr blöden Lappen So Oben war noch ein Mudaken Nämlich hier oben Komm mit Das ist verdammt scheiße Wie soll ich die beiden hier retten, wenn der Alarm an losgeht Okay Ich brauche einen Slick Ich kriege So Was kann ich damit machen? Den Strom aus Bitte sag mir das der Strom Oh Gott sei Dank Sonst wäre das auch glaube ich gar nicht machbar Und ziemlich unfair So Raus mit euch Viel könnte es nicht mehr sein So Bomben Ich glaube die brauche ich hier Ich muss Denke ich das Ding kaputt machen So Jetzt kann ich den nämlich junten Der hier ist Ich denke ich werde den brauchen Deswegen spreche ich den mal nicht mit der Bombe Okay Ich brauche ihn auch nicht Alles klar Nächster Raum Ähm Da sind Slicks Wir haben noch 14 Mudakens Ähm Ich dachte es mir Was Okay Ich muss schnell abhauen Genau Ach du Scheiße Ach du Scheiße Das ist ein schlechter Scherz oder? Moment Kann ich euch in die Luft sprengen? Das haben leider manche überlebt Ich denke so ne Okay Alle Doggies sind tot Kommen da keine mehr? Und was ist das hier für ein komisches Stirn? Werden hier Mudakens gefoltert? Das ist ein Schalter So Kann ich den junten? Den muss ich sogar junten ne Ich hab gesaved Ich hab kurz vorher gesaved Bevor das passiert ist Ach man Leck mich doch am Arsch ey Ich hab Nein Die sterben Wie kann ich das doch retten? Die Slacks sterben Weil die zu mir hin rennen Oder? Hier Ich bin hier Komm Komm Ich bin hier Genau Ich bin hier Genau Schön alle sterben Ich glaub ich hab trotzdem Fehler ne Das ist ein Doggie Der irgendwie Verpackt ist Keine Ahnung Okay Ich kann den Strom ausschalten Aber der Slug bringt mich halt um Und wenn der hier unten ist Dann kann ich den mit einer Granat in die Luft jagen Sluggy komm hier hin Sluggy 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 Okay der Slug ist irgendwie verpackt Keine Ahnung Okay Schenkengau schau ich nicht ins Maul Moment Ist das der für euch? Kommt hier runter So Noch neun Stück Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an Drei Stück sind noch in Slug 4 Und irgendwo muss dann Geheingang sein Anders kann ich mir das nicht erklären Okay Schnelldruck Falls neues Logs kommen Oh fuck Ich nehme an jetzt ist die Tür Die wir am Anfang des Parts hatten Da hinten auf Oder? Ja Ähm ich hab letztes Mal Alarme ausgelöst Ist der Slug? Ja der Slug ist da Wir machen das mal so Habe ich Ha ich hab ihn erwischt Ist hier sonst einer? So Was ist hier hinter jetzt? Viele Slugs anscheinend wieder Und ein Slug den ich Chanten kann Lass mich raten Da kommt Slugs raus Da kommt Slugs raus Waren das alle? Okay Hier geht's nicht weiter Hier ist Blitz Ich hab irgendwie Angst Da kommen noch hundertprozentig Slugs raus Da ist der Geheingang Oh fuck Wie? Von beiden Seiten? Wie unfair ist das denn? Warte ich save mal Da steht für Service Da kommt ein bestimmtes Slug Genau Bring sie um Bring sie um Mach sie alle kalt Im Moment wo ich ihn gechantet habe Haben sie ihn erst in Ruhe gelassen Finde ich bemerkt Weil die Die wollen mich jetzt umlegen Ah da sind Da sind zwei Türen noch auf Den Slug brauche ich Wieso Um hier weiter zu kommen Der muss die Mine Für mich in die Luft jagen Da links ist ein Geheimgang Einhundertprozent Das sieht für mich so aus Ne Das ist ein Sky Skrull Ich hab's versaut Ne Ich brauch den Bestimmt So Alter erzählt mir nicht Dass ich den Geheimgang vergessen habe Dann bin ich super salty What the fuck Stopp 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 Ah Fuck it war das alles da ist irgendwie ein fahrstuhl da ist noch einer aber mit denen kann ich nichts machen was könnte den blitzer irgendwie am ende ausmachen anscheinend nicht dann bringen wir jetzt nicht mal um ich hoffe es passiert jetzt nichts wenn ich da durch renne alarm aber sonst passiert nichts wo bringt mich das hin das sieht sehr sehr strange aus okay was für ein schalter ist das oh oh hey blick robscher vom slum Das wird bestimmt Aufmerksamkeit erregen. Jetzt kann ich hier durch. Aber ich habe echt Schiss, dass ich einen Geheimdang vergessen habe. Und ich kann nicht zurück. Leck mich am Arsch. Alter, wäre das bitter. Wenn es an 6 Mudarkens scheitert. Aber laut an diesem komischen Zulackradar waren die Mudarkens an zwei verschiedenen Stellen. Es müssen irgendwo noch 6 sein. Ich will so einen Überblick haben. Irgendwo müssen noch 6 Stück sein. Was ist jetzt los? Die Mudarkens sah, was ich gemacht habe. Er war schuldig. Er wollte uns alle töten. Was? Lol. Was passiert, wenn ich diesen Schalter betätige? What? Was zur Hölle bedeutet dieser Countdown? Das ist Alarmstufe rot und irgendwas bedeutet dieser Countdown. Leute, ich würde mal sagen, da wir ganz, ganz kurz vorm Abschluss stehen, machen wir in der nächsten Episode weiter. Und ich muss rausfinden, ob ich einen Geheingang übersehen habe, damit ich weinen kann. Ciao.